Wir haben damit schon mal unsere Arme verraten. Cookie Rock, wo ist die Erste? Michael hat gesagt, er hat es neu gekauft. Ja. Jetzt zeig uns mal. Seitlich bitte. Einmal getragen. Hey. Gut. Du hast deinen Arm davor. Hast du nicht gesagt, du musst erst loslassen. Nicht so viel reden jetzt, sonst lacht er gleich. Schade, ich glaube, jetzt habe ich mich genau in dem Moment weggezogen. Also, wenn ich die Taktik verfolge...